Musik Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zum vorletzten Tag TV Berlin im Rahmen eines Spezials für Sie zu Gast beim Berliner Sechs-Tage-Rennen. Wir wollen gleich einsteigen in die Sendung und mein Kollege Jan-Olaf Strachalder, Sie hören es vielleicht, wer ist schon ein bisschen nervös, Robert Förstemann ist nämlich jetzt im Porträt bei meinem Kollegen Jan-Olaf Strachalder. Es gibt keine Routine, höchstens bei der Vorbereitung bestimmte Rituale. Robert Förstemann, bekannt als Mr. Oberschenkel beim Sechs-Tage-Rennen, schwört auf seine durchgeplante Vorbereitung. Ich höre meistens Musik, die mich motiviert. Das können alte Lieder sein, das können neue Lieder sein. Auf der Bahn habe ich mir immer Rammstein einlegen lassen, mit Ich Will. Das ist genau das, was zu mir passt und das mich nochmal extra motiviert und mir nochmal einen Schub gibt. Wobei heute war die Musik ein bisschen leiser in der Halle, das muss ich nochmal klären für morgen, um das letzte aus mir rausholen zu können. Aber wie gesagt, das ist so mein Ritual, die Musik zu hören. Ansonsten ist es ein strikter Ablauf, den man hat vor dem Rennen. Was weiß ich, ob es die Pedalen sind, die nochmal korrigiert werden, ob nochmal geguckt wird, dass der Sattel richtig fest ist, genug Luft auf dem Reifen ist. Das ist eigentlich immer dasselbe Prozedere. Auf der Bahn gibt es ein weiteres allabendliches Ritual bei den Sprintern. Maximilian Lewy legt zunächst eine neue Bestzeit vor und dann wird diese von Robert Förstemann noch übertroffen. Die Zeit, die wir jetzt gesehen haben mit 12,774 Sekunden, das ist eine Top-Zeit. Die Sprinter haben selbst gesagt, wir haben gar nicht gerechnet, dass man das noch toppen kann. Aber als sie der Meinung war, es geht nicht mehr, ging es immer noch ein bisschen schneller. Robert Förstemann, das geht noch lauter, pusht ihn nach vorne. Robert, komm, auf geht's. Ich sehe das. Ich gucke mir die Zeiten ganz genau an. Ich habe nur mehr oder weniger das Glück, dass ich als Letzter starte. Und dementsprechend sehe ich immer, was die anderen alle vorlegen. Sicherlich gibt mir das nochmal so ein extra Push mit. Auf der anderen Seite sind wir professionell genug, dass wir auch schnell fahren können, wenn wir das nicht sehen. Es interessiert mich einfach. Ich kann mich da nochmal extra motivieren. Aber wenn ich zum Beispiel bei einer Weltcup bin und vorlegen muss, die Situation bin ich auch gewohnt. Es ist wirklich das Rundrekordfahren, das ist somit die spannendste Disziplin hier am Abend. Bereits zweimal konnte der Sprinter die Bestmarke des Berliner Sechstagerrenns in diesem Jahr knacken. Am letzten Abend soll ein weiterer Versuch folgen. Wir schauen mal, was morgen noch geht. Ich war heute wieder knapp dran, nah dran. Selbst heute war wieder deutlich unter dem Bahnrekord vom letzten Jahr. Ich war heute, glaube ich, bis auf den Sonntag, wo es sowieso immer ein bisschen schwerer geht, weil die Nacht sehr kurz ist. Jeden Tag unter dem alten Bahnrekord, was eigentlich schon eine total kranke Nummer ist, was niemand erwartet hätte. Von daher war ich auch heute sehr, sehr zufrieden. Und ich werde definitiv versuchen, morgen nochmal eine Schippe draufzusetzen. Schauen wir mal, vielleicht reicht es ja wirklich nochmal für einen neuen Rekord. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Luft wird dünner, die Bahn gibt bald nicht mal mehr her. Und dementsprechend sehen Nuancen, ob es ein Bahnrekord ist oder nicht. Er wird es noch einmal versuchen, seine eigene Bestmarke zu toppen. Denn beim Sechstage-Rennen gibt es keine Routine. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt ist er bei mir. Ein Urgestein Berlins auf einem Urgestein Berlins, dem Sechstage-Rennen. Hallo, erst mal fragen. Wie fühlst du dich hier? Na, wie immer, wie zu Hause. Also, ich genieße das natürlich. Und ich sage immer, wenn ich also hierher komme und dann durch die ganzen Eingänge mich durchschleiche, ich muss erst mal eine Nase vom Innenraum nehmen. Und wie riecht es? Das riecht es wie immer. Es riecht nach sechs Tagen. Und ich finde es einfach toll. Und es gehört zu Berlin. Das Ganze durcheinander und das Herrlehr, sagen wir mal, beisammensetzen. Dann natürlich eine Menge Freunde. Klar, ich vermisse ein bisschen Otto Ziege. Der ist gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Aber ich gehe natürlich dann auch zur Glocke. Und all das, das ist so jedes Mal ein bisschen das, was ich machen muss. Was können denn die Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf dem Sechstage-Rennen von dir erwarten? Viele Kollegen haben ja schon im Vorfeld, vor dem ersten Tag, das Programmheft geguckt, geblättert. Mensch, wo ist denn der Zander? Wann kommt der denn? Was hast du denn alles mitgebracht? Na ja, also, ich würde so halb elf sein nach dem großen Rennen. Und ich habe natürlich meine ganzen Songs mitgebracht, klar. Da fehlt natürlich dann, da vor mich der Korkfehlen und Maräen. Und dann natürlich ganz zum Schluss nur nach Hause ist die Hymne für alle. Das wird ewig so bleiben. Dann habe ich eine kleine Überraschung. Und zwar habe ich einen singenden Pizzabäcker. Er ist Koch. Aber er hat eine tolle Stimme im Gegensatz zu meiner Stimme. Also ich komme mir da vor wie ein Rabe. Und er hat diese typische italienische Schmelzstimme. Und heißt eben Claudio. Und wir beide machen einen Song. Also das ist ein ganz lustiges ab. Ist das hier auf der CD mit drauf? Ja. Weil vielleicht kann der Kameramann die mal einfangen, die CD. Halt ruhig in der Zeit. Wir wollen ja nochmal über diesen Hochreden, wie es zu dieser Merkwürdigen Zusammenhalt gekommen ist. Es ist wirklich merkwürdig. Musst du eine Rechnung ausgleichen? Nee, das nicht. Aber er hat so eine schöne, klare Stimme. Und das war für mich natürlich auch mal eine Aufgabe, meine kaputte Stimme mit ihm zu koppeln. Und das kommt sehr gut, weil er sticht natürlich italienisch hervor. Stichwort Radrennen vorletzte Frage. Ist dir so ein Name, so ein bisschen in Erinnerung geblieben? Klar, Robert Barton. Naja, also, ich habe vor vier Jahren mal eine Runde gemacht, ganz zum Schluss. Und da war ich schon ziemlich angeknallt. Und habe zum ersten Mal gemerkt, oh Gott, da gibt es keine Bremse. Da gibt es auch keinen Freil. Das heißt, als ich oben war, na klar, ich hatte so 0,7 Promille. Und bin dann runtergerauscht. Und da hat mich dann jemand aufgefangen. Und das war ein Schweizer, ein sehr bekannter, kennen alle. Und da habe ich erst mal gemerkt, was die Jungs hier leisten. Und da musste ich meinen Hut ziehen und sagen, meine Fresse. Weil wir kennen ja Fahrradfahren so mit Freigang, nicht? So mal in Ruhe. Die treten und treten und treten. Also Applaus, Hut für die Fahrer. Letzte Frage. Wir haben vor kurzem miteinander gedreht, vor ein paar Monaten. Wir haben dort Berlins beste Kidskneipe in Zusammenarbeit mit Schultheils gesucht. Wie geht es dir gesundheitlich? Und lässt dir heute Abend ein Neueres? Weil damals hast du ja Bronchitis, glaube ich, so doll gehabt. Wir mussten vorsichtig sein. Er durfte nicht singen. So wirklich sprechen wir auch. Wir sind schwierig. Aber so ein, zwei Schultheils genehmigst du dir heute Abend trotzdem? Naja, also meine Stimme ist wieder okay. Die ist so, wie sie ist. Nur eine Bronchitis noch dazu. Das ist natürlich ein Schmerzerfall. Dann hört man nichts mehr. Und die, ich meine, Bronchitis, das ist eine Frau. Die Bronchitis, die hat sich festgeklammert. Und hat mich, glaube ich, jetzt vier Monate lang nicht losgelassen. Aber jetzt habe ich sie langsam beiseite geschoben. Jetzt, denke ich mal, ist alles klar. Dann hoffen wir, dass du nicht bald mit Angina im Bett nimmst. Weil der nämlich eh wie deine Frau ein bisschen gezählt hat. Ja, die ganzen Weiber wollen immer, dass ich im Bett bleibe. Aber wie gesagt, also Bronchitis, die Bronchitis weg. Und die Angina hatte ich mal, aber die ist jetzt auch irgendwo anders. Okay, Fragen. Bleibt noch einen Moment hier stehen. Denn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Kollege Jan-Olaf Strahk heute wird Ihnen jetzt Leif Lampater ein bisschen näher vorstellen, dass Sie mich mittlerweile hier Gesamtführer beim Sechs-Tage-Rennen. Es soll ein Start-Ziel-Sieg werden für Leif Lampater. Und seinen jungen belgischen Teamkollegen Jasper de Beuist. Wir wollen gewinnen. Wir stehen ganz vorne. Wir stehen die ganze Woche schon ganz vorne. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich von hinten immer Druck. Absteigen können wir jetzt noch nicht. Seit Beginn des Rennens bestimmt der dreifache deutsche Meister das Geschehen. Bei der elften Teilnahme in Berlin soll nun der zweite Erfolg folgen. Für den Rosenheimer ist das Gastspiel im Velodrom längst eine echte Herzensangelegenheit. Also spezielle Beziehung ist hier einfach schon zum Publikum, weil das schon besonders abgeht. Ich glaube, wir haben relativ viele hinter uns, haben wir bei der Vorstellung oder bei dem Punktesprinz schon gemerkt. Und das wollen wir auch weiter ausbauen. Und im Endeffekt, das treibt da einen ja vorwärts, wenn das Publikum hier abgeht. Und jetzt kommt Leif Lampater nach oben mit Vivian Priest am Hinterrad. Und Lampater zieht da vorbei auf gleicher Höhe. Mit tolles Leif Lampater holt sich hier die Wertung. Drei vor der Zwei. Die Taktzahl wird höher mit 53 Punkten Vorsprung gegen Leif Lampater und Jasper Debois nun in den letzten Tag. Ja, also wir merken natürlich jetzt dann schon die Beine. Nach dem Wochenende ist immer, Sonntag ist immer so ein bisschen Rhythmusumstellung angesagt, weil wir so früh raus müssen, aber jetzt kommen wir in den normalen Rhythmus. Und von daher, jetzt geht das Finale zu, da wird sich jeder nochmal richtig fahren wollen. Es soll ein Startzielsieg werden für Leif Lampater und seinen jungen belgischen Teamkollegen. Und dafür werden beide noch einmal alles geben. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt ist er bei mir der Schultheitsgeschäftsführer Wolfhard Buß. Hallo erstmal, Herr Buß. Und die Marke Schultheits ist ja unverkennbar verbunden mit den 6-Tage-Rennen in Berlin. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr diese Tradition fortsetzen. Wir arbeiten sehr, sehr lange miteinander zusammen. Wir haben ja auch mit der Marke Schultheits und das 6-Tage-Rennen sind ja mit der Tradition von Berlin sehr, sehr eng verbunden. Wir sind lange hier beide Marktteilnehmer, ja Jahrhunderte kann man einfach so sagen. Und eigentlich gibt es keine andere Verbundenheit als das 6-Tage-Rennen mit der Marke Schultheits zusammen. Noch eine Frage zu der Wahl der besten Kiez-Kneipe. Das haben Sie ja auch in Zusammenarbeit mit TV Berlin in diesem Sommer gekürt, im letzten Sommer vielmehr gesagt. Berlins beste Kiez-Kneipe. Gibt es so eine Aktion demnächst mal wieder? Sind Sie ständig auf der Suche nach guten Kiez-Kneipen? Gerade auch solchen Kneipen, die Tradition wie Schultheits erhalten? Wir haben uns ja sehr viele Gedanken gemacht, wie wir die Kiez-Kneipe wieder in den Vordergrund der Gäste rücken können, weil wir haben natürlich durch den Wandel, den Berlin seit über 20 Jahren hier über sich ergehen lässt, mal positiv gemerkt, dass es so, dass die Kiez-Kneipe und der Kiez an sich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und natürlich auch da ein Stück Tradition verloren. Brot und wir wollen natürlich, dass insbesondere durch unsere Maßnahmen, dass diese Tradition erhalten bleibt, weil es ist ein Stück Kultur für Berlin. Wir haben, die Kiez-Kneipen haben eine sehr wichtige interaktive Funktion in jedem Umfeld. Sie sind Anlaufstelle für die Gäste, die sind auch mal ein bisschen Regionalität für Leute, die so ein bisschen auch in dieser großen Globalisierung, so ein bisschen so einen Halt, einen Hafen suchen. Und es ist natürlich wichtig, dass diese Kneipen erhalten bleiben, dass sie Anlaufstelle sind, dass sie natürlich auch ein Display am Hahn haben und gute Kommunikation bieten, guten Service bieten den Gästen über, dass das Ambiente stimmt und dass der Wirt natürlich auch dahinter steht. Und alles, das an Heimatgefühl vermittelt, was Leckers am Ende des Tages auch sucht. Ein leckeres Schulter, das können wir jetzt nach der Sendung zusammen noch trinken. Das machen wir sehr, sehr gerne. Ich lasse Sie herzlich ein. Okay, vielen Dank, Herr Busse und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es schon wieder für heute, unser TV Berlin-Spezial vom 103. Berliner Sechs-Tage-Rennen. Wir wählen uns natürlich morgen Abend noch einmal und hier folgen jetzt die Bilder des Tages. Ich freue mich schon auf ein leckeres Schulter. Meine Damen und Herren, Andreas Müller! Ich freue mich schon auf ein leckeres Schulter.